Ja, mein Name ist Klaus Allguth. Wir werden heute zusammen eine Hokaido-Kürbissuppe machen mit Curry und Kokosmilch. Und als Highlight werden wir in die Suppe ein Törtchen von Jakobsmuschel und Lachs stellen. Wir fangen einfach mal an mit unserem Kürbis. Wir werden einen Hokaido-Kürbis verwenden. Der Hokaido-Kürbis hat den großen Vorteil, dass wir ihn komplett mit Schale verarbeiten können. Das geht mit keinem anderen Kürbis. Er ist sehr, sehr hart, aber wirklich auch sehr geschmackvoll. Wir fangen einfach mal hier unten an, schneiden hier unten ab, dass das glatt steht. Und dann schneiden wir einfach den Kürbis etwas auseinander. Die Kerne müssen wir natürlich ein Stück weg entfernen. Das machen wir einfach mit einem Löffel. Das geht auch wirklich schnell. Beim Hokaido-Kürbis ist es sehr gut, wenn wir die Schale mitverarbeiten. Das gibt nachher eine richtig schöne rote oder dunkelgelbe Farbe, die wirklich sehr, sehr appetitlich aussieht. Wir schneiden jetzt den Kürbis in kleine Stücken. Und da braucht man schon ein bisschen Kraft dazu und vor allem ein ordentliches Messer. Ordentliche Werkzeuge sind es A und O in der Küche. So, das Ganze packen wir erstmal auf dem Blech. Wichtig ist, dass wir uns immer die Vorbereitungen gut planen, dass wir dann, wenn es zum Kochprozess geht, dass das hintereinander weggeht. So, jetzt nehmen wir einfach ein Zwiebelchen. Aber hier reicht ein kleines Stück aus. Und schneiden wir uns da einfach Würfel. Es ist ganz einfach, die Zwiebel wird geschält. Da, wo die Wurzel war, das kommt auf die andere Seite. Und dann schneiden wir einfach gut zwei Drittel von der Zwiebel ein. Das hintere Stück bleibt einfach stehen. Dann haben wir von Oma gelernt, dass wir das komplett einschneiden. Das machen wir auch nicht. Wir nehmen nur die äußeren zwei Blätter. Die schneiden wir nur ein. Und schon kriegen wir richtig schöne gleichmäßige Würfel daraus. Um der Kürbissuppe eine schöne, angenehme Schärfe zu geben, verwenden wir eine Pfefferschote. Keine Chilischoten. Chilischoten sind einfach viel zu scharf. Sie sind viel kleiner und viel, viel fieser. Wir schneiden einfach einmal die Schote längs auf und entfernen die Kerne. Die Kerne sind das wirklich scharfe an dieser Schote. Die wollen wir nicht haben. Und Vorsicht bitte nicht jetzt in die Augen gehen oder ins Gesicht damit, weil es brennt wirklich wie Feuer. Und die schneiden wir einfach auch nur ein bisschen klein. Für die kleine Menge reicht so eine Viertelschote locker aus. Jetzt braten wir nacheinander, oder wir braten es schlecht gesagt. Wir schwitzen einfach die Zutaten jetzt etwas an, damit wir so ein paar Röstaromen bekommen. Und dazu nehme ich ganz normales Öl, also Rapsöl oder Sonnenblumenöl, weil wir brauchen jetzt etwas Hitze. Wenn ich jetzt ein gutes Olivenöl nehmen würde, würden die Inhaltsstoffe verbrennen. Deswegen ganz normales Öl. So, wir rösten einfach, oder schwitzen jetzt die Zwiebeln an. Das geht relativ schnell, bis die Glas ist hin. Dann kommt unser Kürbis dazu. Den haben wir so klein geschnitten, damit die Kochzeit wirklich gering ist. Und dann geben wir gleich noch unsere Chöppersote dazu. So, das reicht im Prinzip schon aus. Es riecht schon sehr gut. Und als Highlight geben wir jetzt noch dazu etwas Curry. Wir machen unsere Curry selbst in unserer Kochschule, auch während der Kochkurse. Hier haben wir zum Beispiel einen Orangencurry. Der gibt dem Ganzen noch so eine friktige Note. Da kommt so ein guter Löffel ein. Wichtig bei Curries ist, dass man die in Fett anschwitzt. Curry braucht Fett und braucht Hitze, damit seine ätherischen Öle schön verteilen kann. Aber aufpassen, dass es nicht anbrennt, weil Curry verbrennt auch sehr schnell. Und dann wird die ganze Sache bitter. Wir löschen jetzt ab mit etwas Weißwein. Kochen das Ganze etwas ein, dass der Alkohol rausgeht. Sehr gut passt auch, wenn man hier einen Apfel reinreiben würde oder etwas Apfelsaft, wenn man das für Kinder macht. Aber wir kochen heute für Erwachsene. Und dann haben wir hier Fleischbrühe. Wenn Sie keine Fleischbrühe haben, kochen Sie sich einfach einen Suppenhuhn. Dann haben Sie genug gehaltvolle Brühe. Und den Suppenhuhn können Sie weiterverwenden für Frikassee oder irgendwelche anderen Sachen. So, da gehen wir jetzt einfach die Brühe drauf, bis der Kürkos so bedeckt ist. Das reicht aus. Ja, das Suppchen kochen wir jetzt so circa 10-12 Minuten, bis der Kürbis weich ist. Wichtig ist, den Holzlöffel nicht in den Topf lassen. Wir wollen ja keine Holzsuppe kochen, sondern wir legen ihn einfach oben drauf. Das köcheln wir jetzt. Und in der Zeit machen wir unsere Suppeneinlage. Ja, ich habe ja versprochen, eine Suppeneinlage zu machen für die Suppe. Und da machen wir jetzt ein Jakobsmuschellachstörtchen. Hier habe ich Jakobsmuscheln. Wer nicht genau weiß, was das ist, wenn Sie die Schelltank stelle, diese Muschel, das ist eine Jakobsmuschel im Prinzip. Und da ist innen drin dieses weiße Muschelfleisch. Und ein roter Hogen, den wir jetzt heute nicht verwenden. Deswegen haben wir nur erst mal dieses Fleisch vorbereitet. So, dann brauchen wir ein Stück Lachs. Hier nehmen wir Bauchlappen, Abschnitte und so weiter, die wir dann einfach zu Farz verarbeiten. Das schneiden wir grob klein. Geben wir es in den Mixer rein. Dann wird es etwas gesalzen. Ein bisschen Pfeffer dazu. Und dann mixen wir die ganze Sache. Wichtig ist jetzt, dass wir nach und nach etwas Sahne dazugeben. Wir sagen 100 Gramm Fleisch mit 100 Gramm Sahne. Also 1 zu 1 im Verhältnis. Und jetzt geben wir tröpfchenweise erst mal die Sahne dazu. Im Prinzip ist das nichts anderes wie ein Bratwurstbrät, nur eben aus Fisch. Mit dem kleinen Unterschied, dass der Metzger anstatt Sahne Eiswürfel dazugebt. So, diese Farz geben wir jetzt einfach in den Spritzfolgen. Und das ist der erste Teil der Vorbereitung. Dann habe ich hier feuerfeste Ringe. Es geht auch ohne, wenn Sie die Farz einfach nur hier drauf spritzen. Aber wir wollen es halt noch ein bisschen schicker machen. Deswegen haben wir hier einen Ring, der im Ofen auch standhält. Den kleiden wir innen mit Butter aus. Butter ist elementar in der gehobenen Gastronomie. Der Trend geht zwar etwas zurück, aber die Butter wird nie so richtig verschwinden. Dann habe ich hier Zucchini-Streifen vorgeschnitten, ganz dünn. Und die werden wir jetzt einfach noch in den Ring mit reingeben, dass wir noch so ein kleines Farbspielchen haben. Damit das auch alles genau reinpasst, habe ich mir eine kleine Schablone vorbereitet. Und da schneiden wir einfach das Überschüssige ab. Und was wir jetzt hier abgeschnitten haben, das tun wir natürlich in einen Gemüsefond, den wir natürlich noch weiterverarbeiten. So, wir nehmen also jetzt so ein vorgeschnittenes Zucchini-Streifchen und bringen das schön in den Ring rein. Wichtig ist, dass unten, dass es wirklich bündig ist, dass keine Luftlöcher da sind, sonst fällt es nachher in der Suche um. Jetzt geben wir die Jakobsmuschel in den Ring, und zwar von unten möglichst, sonst würden wir den Zucchini-Streifen wieder rausdrücken. Und dann stellen wir das schön hin, dass es wirklich richtig schön straff steht. Wir würzen mit etwas grobem Meersalz, ganz leicht obendrauf. Und dann nehmen wir unsere Lachsfas und füllen diesen Ring bis zum Rand auf. So, die Ringe streichen wir jetzt schön glatt. Wichtig ist immer die Optik für einen Koch. Wenn das Produkt gut aussieht, was wir verarbeiten, dann macht das gleich alles viel, viel mehr Spaß, mit den Produkten zu arbeiten. Wir brauchen jetzt ein Töpfchen. Da geben wir etwas Butter rein. Stellen die Ringe dazu. Dann gießen wir alles mit etwas Weißwein an. Es reichen wirklich so ein halber Zentimeter. Und jetzt geben wir das Ganze für circa 10 Minuten in den Backofen bei 200 Grad. Die Suppe hat jetzt circa 12-14 Minuten geköchelt. Sieht sehr gut aus. Der Kürbis ist weich gekocht. Und dann nehmen wir jetzt einfach den Kürbis in den Mixer. Und füllen das Ganze mit der Brühe auf. Und dann mixen wir die ganze Sache. Wichtig ist immer, Deckel festhalten. Sonst fliegt alles durch die Gegend. Jetzt wird es laut. Also man sieht jetzt schon, wir haben eine richtig schöne, pastellgelbe Farbe. Genau das wollten wir erzielen. Und jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch ein Sieb. Dass nicht durchs Sieb geht, nehmen wir uns einfach einen Löffel und streichen unten am Sieb lang. Und dann geht die ganze Flüssigkeit durch das Sieb. Jetzt ist auch das von der Pfefferschote, wenn da noch ein bisschen was übrig ist, das ist jetzt eben im Sieb drin. Und die Suppe wird nicht ganz so scharf. Wir geben dazu etwas Kokosmilch. Um der ganzen Sache so einen kleinen asiatischen Touch zu geben. Oder exotischen Touch. Und ein ganz klein wenig Sahne. Rühren das Ganze, kochen das auf. Und schmecken ab. Wir haben bis jetzt noch kein Salz dazu gegeben. Das machen wir jetzt. Also wir haben schon eine sehr schöne Schärfe vom Curry und von der Pfefferschote. Geben jetzt noch etwas Limonsaft dazu. Und ich denke, das passt schon. Also ich finde es gut. Wir kochen das jetzt noch auf, geben noch etwas geschlagene Sahne dazu und dann riechen wir schon. Ja, 20 Minuten sind jetzt um. Wir haben eine schöne Suppe gekocht. Und die Suppeneinlage holen wir jetzt aus dem Ofen raus und schauen mal, ob das so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir haben jetzt hier unsere Törtchen. Ja, wir haben jetzt hier unsere Törtchen. Die sind etwas souffliert. So soll das sein. Unser Törtchen setzen wir jetzt einfach auf so ein Küchenkrepp, damit überschüssige Flüssigkeit einfach abläuft. Weil wir wollen ja in der Suppe eine Kürbissuppe haben und keinen Fond, wo wir die Muscheln drin pochiert haben. So, jetzt ziehen wir einfach den Ring ab und wir haben ein schönes kleines Törtchen. Das Ganze setzen wir in die Mitte vom Teller. Wenn man nicht so eine ruhige Hand hat, nimmt man einfach ein Litermaß, dann ist das etwas gleichmäßig. Als Dekoration habe ich jetzt hier ein Krabbenchip. Das ist einfach Krabbenfleisch, das wird frittiert und dann geht das eben ein bisschen auf. Und natürlich aus unserem Garten, unser Hotel liegt in einem schönen großen Park, haben wir Kapuzinerblüten und das kommt noch mit drauf. Und schon ist die ganze Sache fertig. Hier haben wir jetzt unser Süppchen mit diesem Törtchen aus Jakobsmuschel und Glatz. Wenn Sie mehr wissen möchten, kommen Sie einfach zu mir in die Kochschule. Ihr Klaas Alput Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de